Hey, ich bin Marie und ich arbeite für die Stadt Halle. Gemeinsam mit Christoph und den anderen Studienbotschaftern zeigen wir euch die Orte in der Stadt, wo das studentische Leben pulsiert. Ich studiere seit drei Jahren Lehramt hier an der Martin-Luther-Universität. Ich bin einer von 27 Studienbotschaftern und unsere Aufgabe ist es, euch die fünf Campusgebiete vorzustellen. Denn die Uni Halle mit ihren über 20.000 Studierenden ist im gesamten Stadtgebiet verteilt. Kommt mit, wir zeigen euch die besten Orte. Das ist unser Marktplatz, unser Herz der Stadt. Wir sind hier auf den Hausmannstürmen. Die gehören mit zu diesen fünf Türmen der Stadt. Das hier, das ist der rote Turm. Darin ist das größte Glockenspiel Europas zu finden. Und der macht übrigens die gleiche Melodie wie der Big Ben in London. Georg Friedrich Händel. Wir hier in Halle leben Händel, wie man sieht. Er ist hier geboren und deshalb feiern wir Ende Mai die internationalen Händelfestspiele hier. Menschen aus nah und fern kommen dann hierher. Sein Blick geht Richtung London. Da wirkte er später. Begraben ist er in der Westminister Abbey.